Herzlich Willkommen zu Conqueror's Blades! So, wollen wir mal schauen, wie fangen wir denn hier an? Alle A, wenn ich was gelernt habe, dann immer dumm mit der Masse mitgehen, egal wie dämlich es ist. Also gehen wir alle A. So, wenn ihr mal gucken wollt ihr, was ich für Doktrinen gesockelt habe, was das irgendjemand interessiert. Hier überlege ich gerade noch, ob ich das 100 Schaden im Belagerungs-Doktrinen-Dingens reinmache. Allerdings habe ich noch eine Helle Barde, die das bräuchte. Also hier die Lieder eine Helle Barde, weil ich spielen die Lieder in den Einheiten. Und der könnte das auch noch gebrauchen. Und hier mein Helle Barde ist so ziemlich der Killer. Genau wie die hier. Die setze ich sehr sehr viel. Die hauen ganz schön rein. Und auch der hier, der hat alle vier Sekunden einen Charge. Das ist so mächtig. Na ja, mal gucken. Wir machen ja erstmal ein bisschen mit Power. Schicken die in den Tod. Gucken wir, ob wir zwei, drei Leute töten können damit. Also, Soldaten. Nicht allmähche Helden. Ich rechne wie immer damit, dass wir verlieren. Weil meine Winrate ist irgendwo bei 30%. na komm. Kann auch nicht so lange dauern. Ne, der Server länger als die Spieler. Jetzt. So, gucken wir mal, ne? Lass mich mal, lass mich mal, lass mich mal! Dankeschön! So ungefähr. Ah, war schon mal gar nicht so dumm. Los! Oh, echt! Sehr ärgerlich! Oh, eigentlich brauche ich die Soldaten-Kill. Jetzt muss ich sie stellen mit Belagerungswaffen. Daher scheiß drauf auf die Kanone, die ist sowieso nicht besetzt. Ich brauche die Soldaten. Und das hält auch ein bisschen die Ramme auf. Wupp! Dann werde ich gleich mal getriebockt. Ah ne, meine Leute werden getriebockt! Dafür sind sie da! Das ist top! Das können sie machen! Genau deshalb spiele ich die. Die sind der Bait für einen Treebok. Da hat schon einer seinen Treebok gewastet, finde ich sehr geil. Da muss ich vielleicht eher hinten rein. Da treffe ich mehr. Ich weiß, es ist egoistisch. Theoretisch müsste man auf die Ramme schießen. Aber ich muss irgendwann diese Kacke hier mal Soldaten-Kills mit Belagerung fertig kriegen. Es sind nur 100 Kills und ich brauche da schon hier für 10 Tage dran. Das ist einfach der Hass. Upp! Sechse, yeah! Fällt mir jetzt schon was aus hier, die kleinen Lanzenträgerchen. Tja, schöne die Masse. Ah kacke, das war nicht soo. Das schaffe ich nicht mehr rechtzeitig. Hier, dann können wir die da noch ein bisschen anschließen. Oh ja, Bogenschützen! Traum, schick dir noch einen Millimeter zurück. Ah kacke. Ja, ja, ja. Oh, das wäre soo gut. Ich glaube, das trifft mich sehr nischt. Komm, wir versuchen es. Ah, schade. Sind das ein Landkörn? Nee, ich blute nicht. Alles gut, dann ist mir das egal. Dann könnt ihr schießen, wie ihr wollt. Was ist denn hier? Freakles! Oh kacke, da kommen sie schon hoch, glaube ich. Was ist denn hier? Ja, die haben auf jeden Fall schon mal angebracht. Hey! Das war meine Kanone! Naja, acht Mann haben wir getötet. Das war schon mal nicht schlecht. Bin ich sehr zufrieden. Das ist das, das was ich ich bin. Und ich bin zufrieden. Das ist, dass ich mich nicht so viel zufrieden bin. In dem Fall soll ich mal nur noch mal angekommen. Wie soll ich denn hier gar nicht mal angekommen bist? Verbranzen Sie alle! Versetzt alle Städte! Versetzt alles in Flamme! Versetzt alles in Flamme! Neue Einheiten! Heilen muss ich mich auch! Einmal absetzen bitte! Die nächsten Pillow sind super stark! Ich mag sie sehr, dafür dass es eine grüne Einheit ist! Ach ja, heilen! Ich darf mich nicht bewegen beim Heilen! Das muss ich erst wieder lernen! Das ist nämlich am Anfang wenn du keine Runen hast, kannst du dich nicht bewegen beim Heilen! Das ist nämlich am Anfang wenn du keine Runen hast! Ich hab da so oft jetzt schon mein Heilen verkackt! So meine Kleinen! Folge dir! Ah, B ist sowieso weg! Okay, dann können wir gleich auf C! Oder steht da noch wer? Einer! Gegen drei! Der wird das nicht halten! Wir gehen auf C! Wir stehen mit Leib und Seele in allen Dienst! Kannst du auf jeden Fall Verstärkung verdient? Was ist denn das hier? Bogenschützer vom Gegner oder was? Tatsächlich ist ein gegnerischer Bogenschützer. Digga, hast du mal vielleicht Langeweile oder so? Halt, Falsch, Taster. Ein Millimeter noch für B, aber jetzt ist es A, das Feld. Oh ja, guck. Ah ne, hier, kommt zu mir. Kommt meine Kleinen! Put, put, put! Ich bin mir uneinig, dahin oder dorthin? Hier steht schon mal scheiße. Ähm... Ach ja, eigentlich die Reihenfolge, wie rum ihr steht, ist mir eigentlich egal. Das interessiert für einen Charge nicht. Oh, wir sind immerhin ein paar Leute auf dem Spot. Oh, das finde ich ja schon mal schön. Dass ich hier nicht ganz alleine stehe. Ich würde jetzt die helle Barde nicht direkt hier drauf stellen, weil das ist, naja, so mittelmäßig. Und abstützen wir diese auch. Oh, ich bin ja hier nicht der Profi, ne? Ja, von wo kommen sie denn? Ja, von wo kommen sie denn? Könnte sein, dass gleich einer von hinten kommt. Da rechne ich eigentlich am meisten mit. Am meisten kommen von da. Ach komm, solange wir hier noch in Angriff sind, können wir das ruhig versuchen. Oh ja, so eine Fanreals. Perfekt. Mal zurückchargen. Hier, zu mir. Ah, schau, die kam nicht an. Sind zu viele Bogenschützis. So, was sehen wir da schön? Das soll? Bin ich mir sehr uneinig. Ich glaube, ich möchte mal meine Kokosnüsse ausprobieren. Heilen muss mich auch noch. Eure Einheit zieht sich zurück. Ach, C ist gleich weg. Bist da eine Sekunde mal nicht da. Obwohl, es sind so viele Menschen davor. Da wird ja wohl einer draufrennen. Los, meine Kleinen. So, jetzt muss ich kurz überlegen, wie setzen wir denn dümmsten die Kokosnüsse ein? Tja, am liebsten hier von rechts kommen. Allerdings ist da gerade einer. Oh, wartet mal. Ich sehe gerade, C ist wirklich weg. Da brauche ich meine Kokosnüsse. Die Kokosnüsse ja nicht unbedingt. Was ist das hier? Yalichara, ja. Auf die, die wäre ich auch gerade gekommen. Erstmal die Yalichara. So, dann hier möglichst nah ran. Ja, der macht das ähnlich. Mal gucken, wie dumm sie sind. Die stellen sich wahrscheinlich wieder irgendwo auf. Nur nicht da, wo sie sollen. Ja, genau, das meine ich. Was, was, was ist euer Fach rum? Ich raff's nicht. So, jetzt kommen sie gleich von hinten. Passt schon mal auf. Da wird's gleich ziemlich doll ungesund. Vor allen Dingen, wenn die mit Bogenschützen kommen würden. Was macht er eigentlich gut Stunk? Mach ich mal witz. Bisschen ausdünnen. Kann ja nicht schaden, denke ich. Ich stehe hier für einen Charge. Ah, alles cool. Die Charge in die Richtung. Ist genehm. Konotachi. Oh, guck mal, wie viele da stehen. G2 Pferdchen. Nicht so besonders, oder? Aber das kann man noch gelten lassen. Oh, dass ich vielleicht gleich mal noch einen Charge mache. Er hat zu erinnern schon ein bisschen Schaden gekriegt. Zwei. Haben sie sich zurückgezogen. Ja, da sind sie gerade dran. Ich habe gemerkt, es bringt keine Punkte. Cooler Triebock auf jeden Fall. Stehen sie alle da. Eieiei. Was ist das hier? Sind sie alle deine, oder was? Ich bin mal so frei, oder? Ich bin mal so frei. Ich bin mal so frei. Das dauert nämlich ein paar Minuten. Oh ja! Das ist perfekt. Das gibt nämlich Silber. Ich brauche kurz, bis der einmal geschossen hat. Und dann hole ich mir mal meinen Silber ab. Oah, fuck! Hahahaha, danke! So gut! Kostenloses Silber für mich! Lololololo! Ach, Menze, ja! Nervt mich doch mal nicht! Könntest du bitte mit deiner Klinge den hier machen? Der geht mir nämlich viel mehr auf den Geist als die kleinen Leute! Oh, meine schönen, armen, kleinen Typen haben schon ein bisschen Schaden gekriegt! Ja, die stoppen auch noch ab! Boah, damme! Naja, gut! Und da ist der Punkt eingenommen! Wie immer verloren! Das ist der Punkt eingenommen! Das ist der Punkt eingenommen! Das ist der Punkt eingenommen! Mein Team wollen wie immer Mappen! Das ist nichts Neues! Da müsst ihr euch dran gewöhnen! Ihr werdet ja hauptsächlich Loser sehen! Alter, wir sind doppelt so oft gestrogen wie die! Heftig! Unsere Datenkills ist ja noch ausgleichbar gewesen! Naja! Wie immer! Nur pfeifen! Wie viel Schaden hast du gemacht? 1,1! Oh gut! 1,2! Was ist das hier, Alter? Der hat fucking 700.000 Schaden gemacht! Wo machst du die ganze Zeit? Das hier ist ja niedlich! Wo hat denn der die Kills gemacht? Wann denn das? Der hat doch alles abgestaubt! Oh Gott! Sollen wir hier drüben doch so! Na ja, der hat eh noch! 1,6! Uiuiuiuiui! Was war doch unser? Na ja! Jut! Habt ihr gesehen? Glorreich verloren! Das wird noch öfter kommen! Trotzdem ist das Spiel cool! Jut! Dann bis zum nächsten Mal! Tschüss!